Nein, natürlich nicht neu mischen. Wir interagieren. Wir interagieren nicht. Wir gehen zurück. Besser bekomme ich es nicht hin. Das war ja gut. Ich erkenne nicht viel. Das Blut von Dreien. Die Seele des Einen. Was soll... Himmel, was ist das? Was geschieht hier? David! Ein Traum in einem Traum. Bleiben Sie bei mir. Ein Traum in einem Traum. Nein, er darf nicht wiederkehren. Komm zurück, komm zurück! Ach so, ich muss was tun. Sag mir das doch jemand. Ich habe denen schön zugeguckt. Okay, der eine hatte da was am Arm. Geh mal weg da. Andrew scheint versucht zu haben, meinen Vater an einer Art Schutzritual zu hindern. Konnte ihr Vater es vollenden? Weiß ich noch nicht. Okay, die zweifelt auch nicht mehr die Worte von dem an, ne? Ist alles jetzt total normal. Können Sie sie sehen? Sehen Sie meinen Vater? Kaum. Nur im Augenwinkel. Gehen Sie voran, ich folge nach. Nur im Augenwinkel? Ihn Dreh, den guckt doch mal. Das ist die Blöde. So, Moment. Was ist denn jetzt hier mein Quest? Erkunden Sie das Dorf. Immer noch das gleiche. Wir sind keinen Schritt weiter. Wir sprechen... Merle. Wir sprechen nicht. Schutzsauber, ja. Können wir jetzt hier noch irgendwas tun? Nicht, dass ich jetzt hier wieder rausrenne. Ich gucke nochmal. Nee, hier ist definitiv nichts mehr. Aber, Inventar... Wir haben ja auch dieses Stückchen jetzt nicht von der Karte, oder? Oh. Wir haben das Ding noch nicht eingesetzt. Ich hoffe, das dürfen wir nicht. Sonst wäre dumm. Wie sieht denn aus? Schutzritual. Hat ja der Vater da oben an den... An den... Opferdingenskirchen. Ich habe den Fachbegriff wieder vergessen. gemacht. Hier. Hier ist aber nichts. Da steht doch was dran. Geh doch mal da weg und lass doch mal einfach die Kamera so. Da ist doch auch ein Zeichen drauf. Check ich nicht. Jetzt rennen wir doch hier wieder rum. Okay, es ist hell. Nicht der Junge. Ja. Okay, hat es da an Steinen platziert? Ja, ja. Ich bin... Ich möchte auch raus aus deinem Radius da. Jetzt möchte ich gerne rein. Ja, klar. Ich hätte jetzt da gerne am Stein noch geguckt. Aber wir müssen ja hoch zu den Geistern. Mann. Nun. Das ist ja das Ritual, was wir ganz am Anfang gesehen haben. Wie weit da habe ich in deinem Kreis? Äh, so weit. Da jetzt untersuchen. Untersuchen. Mich entsinne nicht. Das haben wir gesehen. Schluss damit. Sofort! Sie sieht das ja nur aus dem Augenwinkel. Liebvoll, mein Sohn. Okay, wieder Migräne. Ja. John und David, Andrew gegen John. Ja, beides, ne? Oder? John und David? David? David sind wir doch. Andrew gegen John dann. Mein Vater kam her, um sich... ...unsere Familie... ...von dem Fluch zu befreien. Aber er entdeckte, dass Andrew viel Schlimmeres vorhatte... ...und versuchte, ihn aufzuhalten. Der schwarze Spiegel? Andrew wollte mit Hilfe seiner Macht Edward... ...oder was aus Edward geworden ist... ...in diese Existenzebene zurückholen. In diese Welt. ...der Narr. Alles hier hätte ihm doch zeigen müssen, dass der Spiegel unkontrollierbar ist. Unberechenbar. Eventuell. So, John und David. Und hat ihr Vater dieses Schutzritual vollendet? Glauben sie, es hat funktioniert? Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, das hat es. Wie könnte er uns sonst noch immer helfen? Ich fühle, dass er mich erreichen will, aber... ...ganz gelingt es ihm nicht. Ist es möglich, ihn von dort, wo er jetzt ist, zu befreien? Das hoffe ich sehr. Ja, aber das ist doch eine Scheiß... ...Scheiß... ...Scheißaufgabe. Äh, Scheißentscheidung. Wir haben doch gerade gelernt, dass die da sich verändern und... ...der Vater vielleicht auch nicht mehr der ist, wer der mal war. Wir müssen Rory holen und zurück zum Schloss, bevor Andrew den Eingang findet. Ja. Wenn es nicht schon zu spät ist. Und wir müssen die anderen warnen. Okay. Habe ich jetzt nicht so mitgerechnet? Äh. Der Butler war's. Aber in dem Fall sind beide platt. Erdner und Butler. Ein Mörder, immer. Ein Mörder. Er blamlich, alter Mann. Du konntest noch nie... ...nach nie tun, was... ...getan werden muss. Hm. Ach so, du bist tot. Naja, gut, dann sprechen wir mit Rory. Ich hänge ihn mit fest. In ihm hänge ich fest. Schrei ihn doch nicht so an. Alles in Ordnung. Mörder, schon wieder? Hä? Alles in Ordnung, hä? Geht's dir gut mit dem Bauchstecher, den du da abgekriegt hast? Pflästerchen. Lassen Sie mich mal sehen. Sind Sie verletzt? Keine Sorge, Mädchen. Mir geht es gut. Hm. Was hat Angus gemeint? Dass Sie ein Mörder sind? Er hat nicht nur von sich gesprochen, oder? Nur das Gefarsel eines Sterbenden. Schluss mit den Ausreden. Sie wollen unser Vertrauen? Dann seien Sie ehrlich. Ei, ei, schon gut. Es war vor langer Zeit. Ich war nicht der, der ich heute bin. Ich, ich war jähzornig und ich trank. In dieser Nacht, so wie ich will, und Gott, Gott vergib mir. Ich tötete meine Frau und mein Kind. Und die Gordens, sie... Sie haben es vertuscht. Genauso war es. Okay. Nur ist nicht so nett. Darum arbeiten Sie all diese Jahre hier. Wegen dieser Schuld. Ich bin ein eigennütziger Mann. Hab mich hier versteckt aus Angst. Die Gordens zeigten mich an. Und Edward? Wussten Sie es? Ich wusste es. Ich wusste, was er tat. Aber ich war zu feige, um etwas zu unternehmen. Die Stimmen, die Sie vorhin hörten. War das Ihre Frau? Sie und Cecilia ein. Andrew. Ich glaube, er ist Edwards Sohn. Was? Unmöglich, nein. Kann nicht sein. Er ist... Was ist er, Rory? Cecilias Kind. Ich ließ sie ihn weggeben. Ich wusste, wir hätten ihn besser umgebracht. Sie gaben Cecilias Baby weg? Was war mit Ihrem Mann? Oh, Edward hatte sich längst um ihn gekümmert. Aha, wir müssen zurück. Könnt ihr mir aufhelfen? Bringt mich zurück ins Gewächshaus. Ich muss euch etwas zeigen. Okay, so am Arsch ist er noch gar nicht, muss ich sagen, dafür, dass er so ein Messer im Bauch hatte. Nun, aber ganz ehrlich, je mehr ich von der Geschichte höre, erst denke ich, aha, und dann denke ich mir, hä? Also ich blicke da noch nicht so ganz so durch. Wer jetzt, wer, wo, was, welches Kind weggegeben und warum, wieso. Können wir ihnen helfen? Deinen Worten nach wirkte dein Vater einen Schutzzauber. Und zwar für dich, Junge. Wieso? Um dir zu helfen. Dich zu erreichen. Aus dem Jenseits. Du, du bist besonders. Du hast möglicherweise die Macht eines Hochdruiden. Einer mit einer mächtigen Verbindung zu den Geistern. Was tut er da? Es ist dasselbe Symbol, das mein Vater machte, bevor er sich umbrachte. Psst. Gib mir deine Hand. Autsch! Sei kein Jammerlappen. Jetzt beträufel das Symbol mit Blut. Und dann zünde ich an. Vater. Das ist ein bisschen weird. So, Junge. Die Verbindung zu deinem Vater ist gestärkt. Danke. Du brauchst jede Hilfe, wenn du den Spiegel erreichst. Geh nicht hinab, bevor die Bindung vollendet ist. Du hast mit deinem Vater noch etwas zu klären. Ich weiß nur nicht, was es ist. Ich habe über den Spiegel nachgedacht. Ich glaube, er war verantwortlich für das, was du deiner Familie angetan hast. Danke für diese Worte. Aber das ändert nichts daran, dass ich es getan habe. lindert nicht den Schmerz. lindert nicht die Schuld. Du weißt noch nicht alles über die Vergangenheit deines Vaters. Aber das musst du selbst herausfinden. Trage keine Zweifel im Herzen, wenn du dem Spiegel gegenüber trittst. Sonst wirst du dich selbst in ihm verlieren. Was war es dann wohl für mich? Unsinn. Wir holen Hilfe. Ich kann... Nein, Mädchen. Schon bald bin ich bei Frau und Kind. Haha. Sie sagte mir immer, als Gärtner hätte ich verdammt schlechten Bartwuchs. Wie recht sie hatte, mein Herz. Ja, ob die dich aber mit offenen Armen da im Jenseits empfängt, wenn du so umgebracht hast, samt Kind, wage ich zu bezweifeln. Aber nun gut. Glaub mal dran. So, wir haben Kapitel 4 abgeschlossen. Ich linze immer auf die Aufnahmezeit. Wir haben aber noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen können wir noch. Äh, die letzte Zeit verbringen wir auch im Ladeballschirm. So, aber wir haben jetzt eine tiefe Verbindung zu dem Vater, aber noch nicht so ganz so tief. Und bevor wir die nicht vertieft haben, können wir nicht zum Spiegel. Na, das war ja eine Megaszene. Das spiebert mich fertig. See you on the other side. Schau dich an und die andere Seite. Sind sie verletzt? Wo ist Andrew? Wir fragen mal, ob sie verletzt ist, weil das da ja mit Blut reingeschrieben ist, glaube ich. Es ist nicht ihr Blut. Hier, ich helfe Ihnen. Geht schon, danke. So, ja gut. Wenn es dann geht, dann wo ist denn Andrew? Andrew, wo ist er? Er hat Eddie geholt. Ich wollte ihn aufhalten, aber er schlug mich, mich. Er war völlig von Sinnen. Ich begreife nicht, was hier vor sich geht. Erst Eddie und jetzt Andrew. Ja, das ist hier der Spiegel, ne? Es ist das Haus. Der Fluch, der auf uns liegt. Durch das Böse, das unter diesem verdammten Ort lauert. Der schwarze Spiegel. Unsinn. Auf uns lastet kein Fluch. Wir haben vielleicht ein paar Tragödien erlitten. Wie jede große Familie. Aber das Herz eines Menschen kann böse sein, ohne das ein Fluch, oder? Zumindest darin sind wir uns einig. Vor allem ein Herz. Das meines Großvaters. Ihres, ach so geliebten Edwards. Ich will kein Wort mehr von dir über meinen Mann hören. Er war... Dafür haben wir keine Zeit. Schauen Sie in seinen Schreibtisch im alten Flügel, wenn Sie uns nicht glauben. Ja, mach ich das mal. Sie könnte mehr wissen. Wir müssen noch mal mit ihr reden. Ohne sie anzugreifen. Sie haben ja recht. Ja, ich glaub, wenn du sie anschreist, erfährst du gar nichts von der. So darf ich mir auch mal so ne Kerze nehmen? Darf ich nicht. Aber ich darf hier untersuchen. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Andrew scheint unter dem Einfluss des Spiegels den Verstand zu verlieren. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er Edwards verdorbene Seele in diese Welt zurückholt. Ich kann wirklich kaum fassen, was an diesem seltsamen Ort geschieht. Ja, ich auch nicht. So, untersuchen wir nochmal. Siehst etwas. Sieht wie eine Tür aus. Eine Tür? Wohin? Das müssen wir herausfinden. Andrew will eindeutig, dass wir ihm folgen. Hauptsächlich, dass Sie ihm folgen, vermute ich. Ja, mit anderen Worten, kann's hier bleiben, oder was? Ähm. Drücke. funciona. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht! Funktioniert nicht. Funktioniert nicht! Das erste hat funktioniert, aber welches ist das zweite? Ja. Ja, die umgedrehte Eins. Nicht? Dann das C vielleicht. Und dann die Eins. Ja. So, wir haben das und wir haben diese Sensenruhne. Mehr hatten wir doch gar nicht. Und das C hatten wir auf dem Stein. Ach so, wir könnten nochmal hier, vielleicht finden wir da noch was. Das Stück des Kappelmoduls. Oder so ähnlich. Jut, dann ich hab keine Ahnung, wo ich hier bin. Ist so dunkel. Ich geh mal einfach hier durch. Ladebildschirm. Och so, wir brauchen das so, die S Computer und Regionsね. Auf geht's. Untertitelung des ZDF. ahein.